Liebe Beschäftigte, liebe Studierende, wie schön, dass Sie alle da sind. Nach über zwei Jahren Corona-Ausnahmezustand tut es gut, endlich wieder so viele Studierende an der JLU zu sehen. Auf diesen Neuanfang haben wir lange hingefiebert und es ist umso schöner, dass Sie Ihre Universität bei diesen frühlingshaften Temperaturen wiedersehen oder auch ganz neu kennenlernen. In diesem Sinne heiße ich Sie alle herzlich willkommen im Sommersemester 2022. Die Freude über den Start in das Präsenzsemester ist allerdings leider nicht ungetrübt. Ganz im Gegenteil. Die Corona-Pandemie beschäftigt uns nach wie vor, rückt aber angesichts des entsetzlichen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine deutlich in den Hintergrund. Ganz abgesehen von den Sorgen und Ängsten, die wohl vielen von uns den Schlaf rauben, betrifft der Krieg, die Justus-Liebig-Universität mit ihrem Osteuropa-Schwerpunkt auch ganz direkt. Viele unserer Studierenden und Beschäftigten haben Verbindungen in die Ukraine und sind in tiefer Sorge um ihre Freundinnen und Freunde oder ihre Angehörigen. Die persönlichen Geschichten, von denen ich bei verschiedenen Zusammenkünften erfahren habe, sind extrem bedrückend. Gleiches gilt für die intensiven Kontakte zu unseren Partneruniversitäten in Kiew. Die dortigen Kolleginnen und Kollegen sind im engen Austausch mit unserem Akademischen Auslandsamt, um so vielen Studierenden wie möglich bei uns die Fortsetzung ihres Studiums in Sicherheit zu ermöglichen. Ich danke allen, die unserem Spendenaufruf gefolgt sind und großzügig unseren Hilfsfonds für Studierende, Forschende und Lehrende aus der Ukraine unterstützen. Der Bedarf ist nach wie vor groß. Rund 100 Anträge haben uns bislang erreicht und wir freuen uns daher über jede weitere Spende. Den Link zum Spendenformular und alle weiteren Informationen finden Sie auf unseren Ukraine Sonderseiten im Internet. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Angesichts dieser existenziellen Nöte droht vieles, was uns normalerweise sehr beschäftigt, Lehrveranstaltungen, Forschungsprojekte, die Arbeit in der Verwaltung, zu einer Nebensächlichkeit zu werden. Ein Gefühl der Sinnlosigkeit, erst recht angesichts der Erschöpfung nach den vielen Krisen ist da nur allzu verständlich. Ich möchte Ihnen daher heute versichern, das was Sie an der JLU leisten, egal in welchem Bereich, spielt eine Rolle, ist keine Nebensächlichkeit. Lassen Sie sich nicht davon täuschen, dass in großen Krisen vieles andere an der Universität in den Hintergrund zu rutschen scheint. Im Gegenteil, wir brauchen Forschende, die für ihr jeweiliges Fachgebiet brennen und im richtigen Moment alles andere ausblenden können. Wir brauchen Studierende, die sich in diesen Tagen einfach nur über das wahre Uni leben und die Gemeinschaft mit anderen freuen. Und wir brauchen Beschäftigte, die aus echten Begegnungen mit ihren Teams wieder neue Kraft schöpfen können. In diesem Sinne kann ich Sie nur dazu ermuntern, sich von Zeit zu Zeit vom deprimierenden Nachrichtenstrom abzuwenden und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die Ihnen auch in Ihrem persönlichen Alltag wichtig sind. Unseren Studierenden wünsche ich viel Freude dabei, die JLU nach den virtuellen Jahren endlich auch im wahren Leben zu entdecken. Insbesondere unseren Erstsemestern sei gesagt, es ist ein ganz besonderer Lebensabschnitt, der auf Sie wartet. Genießen Sie ihn! Ihnen allen wünsche ich ein frohes Osterfest und ein gelungenes Sommersemester 2022!